hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble heute bin ich mal wieder auf die jagd auf den ticket und heute wieder spiel puzzles and survivors ich werde das spiel mal starten dann muss man kurz warten bis hochladen hat ich habe übrigens mein account wieder gefunden durfte dass jemand das tutorial vorher weg spielen muss bevor ich das account aufsuchen kann meine account aber da sind wir in meinem account und das drücken genau und dann fangen wir mal an für die ganzen roten punkte abarbeiten heute ausrufszeichen und so weil ich glaube ich habe immer probleme mit der ganzen quest auf jeden fall schon mal länger wie 30 tage her dass ich das gespielt habe ach das wollen wir nachher punkte holen für die helden 10 30 30 der noch zwei levels hoch was ist das hier ach so nice bei dem auch hier die punkte der ist natürlich das stärkste jetzt ich glaube ich werde den ach gar nicht wollte ihn jetzt auf 30 mal jetzt haben wir schon mal die punkte hier abgearbeitet und da ist noch einer 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 äh, gehen wir erst in der Hauptbasis rein, da. Gratis-Beschwörung Gratis-Beschwörung und Gratis-Beschwörung Supi Boxen, Radio, ist das Radio? Erlägt noch? Ah, okay. Ein Head auf Level 31. Dann hab ich das auch. Allen helfen, bitteschön, bestätigen. Wir sind das Nein, nicht mit damit Upgrade Erforschung Gehen wir in Entwicklung rein. Erforschung Ah, okay, muss auf Level 7 sein. Dann nehmen wir das. Was haben wir noch hier? Arena Arena Da wird es sehen Nochmal gucken, hm, der ist 30 Dann würde ich den hier rausschmeißen und den rein setzen. Okay, R plus 1, R plus 0. Okay, R plus 1, R plus 0. Das ist gar nicht Speichert So Belohnung Das ist noch nicht in den Top 500 hot So Dann schauen wir jetzt nur die restlichen roten Punkte an, abholen. Wie viel Dreh habe ich denn? Null. Eine Münze holen, jawohl. Ich habe all mein Dreh. Checkboard. Sieben, sieben, sieben. Muss ich stoppen. Ach. Na gut. Warte jetzt. Hier haben wir nichts. Hier. Da. Auch nichts. Demnächst. Okay. Haben wir gesehen. Und das haben wir auch gesehen. Schön. Haben wir hier vor Weltkarte noch den roten Finger. 50 Nachrichten. Belohnungsliste. Aber wie kann ich das abholen? Oder habe ich schon? Ach. Ich habe es schon abgeholt. So. Alles weg. Und dann haben wir hier die Quest. wieder die Quest. Jetzt haben wir alle roten Punkte abgearbeitet. Bearbeitet. Okay. Spielassistent. Was muss ich noch machen? Die roten Punkte habe ich gearbeitet. Schlechte Ressourcen am 1 annehmen. Bei Helden blinkt es wieder. Okay. Gegen welchen Kampfstil ist begeistert? Lila stark bzw. schwach. Rot. Grün. 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 Gelb. Lila. Gelb. Gelb. Ja. Gut. Jetzt schauen wir mal kurz wieder. Allianz. Allianz. Posttasche. Später. Später. Und dann gehen wir hier rein und spielen einfach unsere Energie runter. da. Ich schau mal, ob ich den jetzt besiegen kann. Ich nehme erstmal den Doktor mit rein. Ich habe zwar noch keinen blauen. so. So habe ich jetzt jede Farbe mit dabei. Fortfahren. Und dann schauen wir mal was ich hier so mache. ein bisschen mehr. Ich habe jetzt eine Frage. Der und der ist als nächstes dran, den können wir besiegen, jetzt ist erstmal keiner dran, also kann ich erstmal das zurechtlegen, jetzt brauche ich den Doktor, bisschen Heilung, jetzt ist er schon hier dran, ah, Mist, einmal heilen, verstärken erst glaube ich, ja, und jetzt kommt der dran, gut, 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 perfekt, und der Boss ist da, einmal heilen, Leute verstärken, Boah, super, fast alle tot, aber es hat nur einmal angegriffen, und down, verloren, das wird wohl noch nichts, aber ich kann mal gucken, ich brauche hier die Energie, okay, ein bisschen haben wir jetzt, können wir den ein bisschen aufleveln, ah, ich musste erstmal, ich brauche diese hier, Kampfanleitung, 1 Stern, schauen wir mal was anderes mal, nur Kampfanleitung, 1, ok, das werden wir doch finden, hoffe ich, da ist eine 1, da ist eine 1, da ist eine 1, ich gehe mal in der zweiten Episode rein, da ist ein 1, in der dritten, da ist eine 1, da ist eine 1, damit die noch viel Punkte holen, probiere ich starke Gegner zu suchen, ah, hier ist 2, also 2, 2, hier sind wir schon 1 zu weit, das wird da rein gehen und den besiegen, erstmal, erst einmal Normalkampf, vollfahren, brauche ich nicht, ach, der hat überlebt, jetzt nicht mehr, jetzt ist der auch down, ne noch nicht, aber jetzt, aber heilen, das benutzen, schießen, und, damit, gut, einmal gekämpft, Schaffer, Blitz, ich brauche so ein Blitzdingens, Blitz Token, also ich muss alle, selber kämpfen, zum einsetzen, er meint also diesem Stärker, egal, egal, zack, 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 jetzt ist der dran, auch, lila, bam, rot, grün, zack, nur mal den, ich wollte hinten irgendwas machen, aber nichts gefunden, ja jetzt den holen, einmal heilen, einmal verstärken, einmal schießen, dann wirft, glaube ich, eine Granate, ane, was der macht, weiß ich immer noch nicht, der ändert irgendwie die Farben, mh, und darum unser, ein noch nicht, jetzt aber, ach, das gibt's doch nicht, hartnäckig, so jetzt, ich hab da eine 2 von gekriegt, eine 2, What's the most? mhm, mhm, das sieht doch schonmal gut aus, und der ist auch da, und der ist auch da, mit der Axt haut er. Das war eine Axt gewesen. Schon wieder hier. Level 2. Da brauche ich doch gar nicht. Warum steht das hier nicht dabei? Hm. Man muss ja nicht immer alles verstehen. Bäm. Das geht dran vorbei. Die Beine rein. Finde ich nicht. Okay, der ist weg. Hier ist nur noch der rechte. Ah, hier. Der ist auch weg. Juhu! Dann mal heilen. Dann mal die Axt. Dann irgendwas mit dem Farm ändern. Okay. Und alter und. Die Farbrichtung hat sich geändert. Das heißt das also. Okay, okay. Ich habe verstanden. Jetzt kommt noch der Kleine. Und weg ist er. Herausforderung. Weiter geht's. Ich brauche ganz viel Bücher. Ganz viel. Das kann man aufheben. Vielleicht für die nächste Runde. Okay. Nächste Runde. Gleich den benutzen. Ich hätte auch den erst nehmen können. Aber was soll's. Hier ist immer den. Und hier nehmen wir den. Zweier Combo. Schön. Bringt nichts mehr. Wann schon tot. Aber egal. Trotzdem schön. Ja. Man könnte das machen. Oder das machen. Okay. Und fortsetzen. Und. Wann sind wir denn endlich fertig hier? Zweier Combo. Dreier Combo. Nice. Jetzt kommt der. Und hier machen wir mal. Den darüber. Zack. Doppel Combo. Hier haben wir auch eine Doppel. Oh. Sechser Combo. Das. Oh. Neuer Combo. Down. Alle down. Alle down. Jetzt ist es noch so rum. Jetzt benutze ich den hier. Und. Immer noch so rum. Ist es doch nicht. Was bedeutet das nur? Äh. Ich hab keine Ahnung. Okay. Nein. Die haben sie überlebt. Die haben sie überlebt. Das auch. Und. Genau. Dreier Combo haben sie überlebt. Dann probieren wir es mal. Hier mit. Ach. Haben sie auch überlebt. Das haben sie auch. Hier haben wir am 5er. Das äh. Ja. 5er ist auch gut. Und. Komm schon. Jetzt. Bauen. Jawohl. Hat das endlich geschnallt. Ach. Warte mal. Ich hab grad gesehen. Ich kann doch auch Automatik machen. Ne. Herausforderung. Start. Fortfahren. Und. Kapitel 18. Automatik geht auf. Okay. Gut. Gut. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Oder auch nicht. Vom Leder jetzt. Hm. Soll ich automatisch wieder ausmachen? Oh. Geht auch. Okay. Wenn ich gleich die stärksten Leute mitnehme. Und dann Automatik machen. Geht das dann schneller bei dem Computer? Lila. Ne 5er Reise. Ja. Was? Haben sie weggemacht? Hm. Ja. Egal. Der Computer spielt und ich schau mal zu. Okay. Boah. Der eine war fast down gewesen. So. Jetzt machen wir es nochmal. Heraufschlohn. Wir nehmen den aus. Und den aus. Und setzen die Beine rein. Dann haben wir die stärksten drinne. Und schau mal. Was der Computer macht. Ist hier eine Zeit. Was hab ich gesagt. Ich schau mal. Wie schnell der Computer ist. Und wie schnell ich bin. Mein Computer. Der setzt hier einfach irgendwelche Sachen rum. Der überlegt nicht großartig. Da ist wieder was sagt. Also da. Ich muss erst mal gucken. Was am besten ist. Und das will ich dann nicht. Okay. Der erste da unten. Jetzt bekomme ich dran. Herausforderung. Und starten. Und. Und. Go. Ach. Hier waren 5er. Nicht trotteln. Eich. 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 So. Ah. Ist er schon fertig. Einmal den. Dann die. Boah. Alle down. War ich nicht die gleich am Anfang genommen? Ah. Egal. Schön. Hm. Ich denk mal ich war schneller. Noch zwei Kämpfe. Und da ich schneller war. Mal schnell weiter hier. Mit mir. Also. Ja. Ja. Dann. gut. Ich denke. Es geht daher. Ich denke. Dann nehmen wir gleich die Frau hier, alle down, zack, jetzt fangen wir von da an, und gold ist stark, ist doppelte Stärke, und grün auch. Gold und grün, letzte Runde, gold und grün, na gut, nochmal den, blau ist mal gar nichts, lila ist auch nichts, da, macht keinen Schaden, weil ich keinen blauen und kein lila nimm mit habe, hier, lila, kein Schaden, rot, 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 oh lila, nice, und jetzt ist der weg, und dem haben wir mit den Fähigkeiten, ganz schnell platt, zack, 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 weg ist er. Okay, das war unsere letzte Energie, ich habe nur noch eine Energie, dann gehen wir jetzt auf den Helden, kann ich den entwickeln? Nein, nein, immer noch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Dann leveln wir die anderen auf, ah, ich wollte den einen noch auf, war das blau gewesen, ne, den hier. Hm, schade, ein Level fehlt noch, dann ist er 30. Obwohl, das ist ein Level 2, ja, ne, also zwei Sterne hat er, das glaube ich nicht ganz so sinnvoll. Ne, egal. Schau die Queste nochmal an, holen uns was ab, kriegen die Truhe immer noch nicht, und ich würde mal sagen, das war es dann auch schon für heute. Ach, das bauen, können wir auch noch schnell machen hier, am Upgrade, und Forschung, Entwicklung, das geht erst ab 7, und hier, Forschen, perfekt, Hilfe, und Hilfe, und, 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 äh, warum gehe ich jetzt da rein in der Wildnis? Egal, ich würde mal sagen, das war's für heute, ich werde das Spiel beenden, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, höre mein Ticket noch schnell ab, und bis dahin wünsche euch viel Spaß, und auf Wiedersehen, ciao, ciao.